ARD Text im Auftrag von Funk Du warst schon bei mir. Du warst schon bei mir. Das stimmt nur. Du weißt meine Lasagne nicht. Du weißt. Komm. Ich rufe dich tausendmal an. Nee, ich rufe dich tausendmal an, wenn wir mit dem Essen gehen. Ehrlich. Nein. Was ist das? Ich rufe dich. Ich rufe dich. Ich rufe dich. Du musst ja nicht zu stimmen. Das ist ja so. Ja. Ja. Komm. Also da brauchen wir gar nichts zu machen. Im Moment kein FIFA Hocker. FIFA Hocker. Oder was? FIFA Zocker. Zocker. Hocker. Pfeifen. Ja. Komm schon. Titz. Ja, ich rufe dich wahrscheinlich. Ich rufe dich. wie bei mir jetzt kein witz ohne ich weiß wie deine wohnung aussieht ich weiß wie deine wohnung aussieht wie viel musst du schon in dieser saison bezahlen die mannschaft das hat aber nicht mit ja das hat etwas mit diesem blieb zu tun aber was ist das ist ein haushalt zählt doch auch wenn ich in seine putze komme da liegen alles und puma sachen noch vom letzten jahr auf dem tisch ja ist sauber ist sauber nur ich verließe meine sagen aber du bist unordentlich ordnung ist macht liegen und du machst niemals ist das nicht vergessen und du vergisst hat es das aber zu tun nee guck 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 hat nichts damit zu tun mit aufräumen so wie der schrank sei ehrlich guck wenn ich mache er muss ich machen und muss ich machen muss ich machen muss das kann ich auch so ein smartphone so ganz hat ein handy every time man handy ja du ja nein jetzt jedes mei im auto kann ich gar nicht mit denen unterhalten ja okay so das meint sie gar nicht Das meint sie gar nicht. Hä? Was? Wir machen jetzt eine Frage. Das meint sie nicht? Dicker? Nein. I don't know what in englisch. Stur. Stur. Schwul ja auch. Ombra. Ich schweige dir. Ich schweige dir. Alter. Au. Das ist schwierig. Beide sind... Beide sind unglaublich guter Singler. Also mach ich, du musst ich. Ich mach er und du machst auch er. Ja, das ist echt so. Was würde das? Streichel. Witze. Nein, nicht Witze. Sondern... Du nimmst mein Trikot weg. Nein, mein Latschen. Du nimmst auch mein Latschen weg. Ja, ja. Das stimmt. Das stimmt. Beide sind. Ich muss sagen. Bitte ist von gutem Grund. Aber er hilft mir. Das muss man sagen. Er sagt, wir trainieren eigentlich oft zusammen. Also... So. Mach beides. So. Ne, ich darf nicht. So wiegen. Mach ich. Also, ja. Respekt. So. Soweit! Da! Vielen Dank.